Und so geschah es, dass Legoland der Elb seine Gefährten durch den Schiff... Stopp! Hier, Bodo. Halt das mal. Ich bin gleich wieder da. Aber Gundolf, wohin... Ruhig, kleiner Hobbit. Gundolf hat das, was wir Elben Andar, Barne, Askar-Essir nennen. Echt schon wieder? Vielleicht verträgt er deine Bohnensuppe nicht. Ruhig, kleiner Hobbit. Es könnte sein, dass Orks in der Nähe sind. Ich wünschte, Gundolf wäre wieder hier, um uns zu beschützen. Gundolf ist bei dir, kleiner Hobbit. Er hat dir seinen Zauberstab gegeben. Echt? Sollte ein Ork dich angreifen, genügt eine kleine Drehung des Zauberstabes und der Ork wird hinweggefegt, wie von unsichtbarer Hand. Wirklich? Probier es selbst, kleiner Hobbit. So? Gar nicht übel. Gar nicht schlecht, kleiner Hobbit. Und solange du diesen Zauberstab in der Hand hältst, wird deine Haut unverwundbar sein und hart wie Stein. Und was passiert, wenn ich so mache? Weiß ich auch nicht so genau. Musst du Gundolf fragen. Und was geschieht, wenn ich den Zauberstab umdrehe? Nein, kleiner Hobbit! So, ich bin fertig. Es kann wieder losgehen. Die Zauberstab in der Nacht. Sie haben die Zauberstab in der Nacht.